Musik Ich bin Tatjana Zöhner und ich präsentiere Ihnen heute die It-Looks von Braun der Friseur. Das ist Olga. Olga kam mit dem Wunsch eines kompletten Umstylings. Ich habe ihr den Pixi-Cut empfohlen. Um das Gesicht weicher zu gestalten, werde ich ein Mikrofon schneiden. Alles wird strukturiert und sehr kurz. Das macht das Styling nachher umkomplizierter. Musik So, für den sommerlichen Look hell ich das Haar ein wenig auf. Musik Um das Haar perfekt auf das Styling vorzubereiten, verwende ich den aus der Serie Wild Styler von L'Oreal Professionell, den Scruff Me. Er verleiht dem Haar mehr Griffigkeit und Struktur. Für das Finish verwende ich passend zu dem Pixi-Cut von L'Oreal Professionell die Pixi-Pomade. Die Textur ist sehr leicht, lässt sich sehr gut in das Haar einarbeiten. Musik Und bleibt den ganzen Tag flexibel. Musik So, bei der Olga habe ich jetzt ein komplettes Umstyling vorgenommen. Von langen Haaren zu einem absolut trendigen Pixi-Schnitt. Ein absolutes Must-Have diesen Sommer. Musik Gewinnen Sie eine Techni-Art Pixi-Pomade von L'Oreal Professionell und einen Friseurgutschein von Braun der Friseur. Einfach eine E-Mail an gewinnen-at-center-tv.de Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020